Musik 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 Das hast du nicht wirklich getan, oder? Passend los? Laura, es tut mir leid. Es tut dir leid. Sie wurden verprügelt. Ich hab das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Ja! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.